Hallihallo meine Lieben und herzlich willkommen zurück zu The Walking Dead A New Frontier Staffel 3. Oder eher andersrum. Ich hab mich grad vertan. Egal. Wir fangen, machen weiter. Du bist zurück. Mhm, 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 mhm. Meine Familie...Eleanor hat sie hier gut gemacht? Sie hat. Aber okay ist nicht das Wort, was ich benutze, um sie zu beschreiben. Eleanor hat es getan, was sie kann. Du besser gehst nach der Infirmary. Sie hat es zurückgebracht. Sie hat dich gefragt, du kennst. Bitte, bitte, erzähl mir, wie sie ist. Na gut, sie kam durch die Behandlung so gut, wie es sich erwartet. Die Böge machte ihr nur einen Weg, zumindest. Any lower, und der Böge würde sie auch verletzen. Your boy Gabe. Er war sehr stark. Er wollte so schlecht helfen. Er hat mich praktisch verletzt, um ihn zu bleiben. Das ist Gabe. Aber sie war so viel blöde, er... Er hat sich verletzt. Ähm... Kann er sonst nirgendswohin? Aber nicht leise genug. Aber nicht leise genug. Er ist nicht gut. Er ist gut. Wie kann es sich erwartet. Er hat sich erwartet. Er hat sich erwartet. ... Er hat sich nicht gelbohin. Er hat sich nicht auch aufgeregt. Er hat sich nicht gerne etwas Anpassung. Er hat sich nicht gemacht. Er hat sich nicht gewählt. Er hat sich nicht gewählt. Er hat mich nicht gewählt. Du all are welcome to stick around and impress God, if that's what you want. Nobody's gonna force you, but... I'm not gonna make a decision like that without talking to Kate, so... I'd rather check in with her when she's feeling better, you know? Sure thing. Let the lady weigh in first. ... Eine können wir auf jeden Fall mitnehmen. Es steht ja Take-Free, ne? Flew in a plane just like this to a baseball game in Arkansas once. Lifetime ago. Hey, have you seen a kid come through here? Blood all over his hands, dark look on his face. Headed off that way, without saying a word. If I were you, I'd give him some space. Just my advice, one parent to another. He's had a really bad day. I can't let him go off by himself. Not right now. Sorry to hear that. That blood, I take it that wasn't his? His stepmom's. You gotta stay strong for her. Do whatever it takes. Know if my friend seen one in the same situation, I'd fight like hell. Anything we can do to help you out. Just let me know. I, uh, appreciate that. Your boy stomped off towards the front gate. Oh. What? Have I shown her? You buried her. It was... peaceful. How could it have been peaceful? I know how much you miss her, Gabe. I miss her too. And Kate. She needed me during her surgery. She needed my help. I just ran away like a stupid little kid. You stayed long enough to do some good. And cause of that, I'm proud of you. You were there for her. As much as you could be. That doesn't count. I'm done feeling this way. Feeling powerless. I can't be some helpless little boy anymore. I need to be a man. Just like my dad was. He knew how men were supposed to act. You're already a man, Gabe. I'm not. But at least I know it now. Next time, I'm not gonna sit back and watch. I'm gonna do something. I have to. Listen, Gabe. Da kommt was. Da kommt was Großes. Blutiges Geschäft. Kriegen wir jetzt Besuch? Wo ist eigentlich Clementine? Ist sie jetzt wirklich schon abgehauen? We might have to leave. Make sure Kate's ready. You can count on me. Aber kann sie nicht. Ach, da ist sie ja. Beobacht hat sich selbst. Ich bin dreamer. Wir haben nicht gemacht, dass wir hier nicht gehen müssen. Aber manchmal hat Badger gesagt, du. 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 Ich habe eine Frau in der Luft geblüht. Wie viele meiner Freunde sterben von dir? Sieht aus wie ein He-Said-Said-Said-Said-Said-Said-Said-Said-Said-Said-Said-Said-Said. Aber was du willst, eine Apolosie? Was ich wirklich will, ist, dass meine mitten Freunde wiederkommen sind. Aber ich glaube nicht, dass das zu vermutlich ist. Er muss mit uns kommen. Antwort auf die Justizität. Accept seine Verpflichtung. Das ist doch ganz. Die Männer müssen die Verpflichtungen haben. Insofern nicht wir besser als die Tiere. Wir sprechen einfach das über. Das ist nicht einfach so einfach. Die Fakt ist, dass ihr von uns geblüht habt. Ihr Schaupp habt ein paar von uns. Lass auf hier hin und hier runter. Ich denke, sie brauchen ein bisschen... ...eincentive. Hmm? Huh? What? You don't have to drag her into our fight. I don't have to. But I kind of want to. Oh my God. Oh my God, please. What the hell are you doing? Hobby, please, man. Just, just go with him. You got to. He'll kill Francine. We should start shooting. Why? Clementine. Boah, die hat so geile Augen, ne? Oh, mega geil. Oh, ich bin richtig am schwitzen, ey. Was ist los? Mir ist richtig heiß. Huhuhuhu. Hallöchen. Hmm. Good man. Yeah. Let's lock him in the truck and get the hell out of here. I don't want to wait that long. Um. Jesus Christ. Come on. I want to see him pay for what he did. We had a deal. You asked for me to come down and I did. Yeah? Well, fuck the deal. Clem. What the fuck? Shit. Shit. Francine. What? Francine. Oh, what the fuck? We don't have the go ahead. No, fuck you. Fuck you, go ahead. Ram the fucking gate. Jesus Christ. We have a problem. Oh, nein. Oh, ich bin tot. Ich bin tot. Ich weiß. Ich musste ja einmal sterben. Oh, scheiße. Okay. Oh, what the fuck? We don't have the go ahead. No, fuck you. Fuck the go ahead. Ram the fucking gate. Scheiße. Clementine, ey. Jesus Christ. Ich bin schon am drücken. Thanks. Oh, jeiße. Ich bin tot. Ich bin hier wieder! Ich muss den Kate Gabe finden! Kannst du uns helfen? Gehen, Mann! Ich werde diese Scheiße entfernen! Gehen, Mann! Gabe! Gehen, Mann! Es ist genug für sie. Hobby! Gehen, wir kommen. Gehen, Mann! 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 Wäre das vielleicht anders gekommen, wenn wir nicht runtergegangen wären? Es erschienen mir simpel. Nur das andere Auto. Sieht so, wie wir sind. Wie sie einfach mal alle zum Sterben zurückgelassen haben, ey. Clementine ist ziemlich forsch geworden. Abgezopft. Ja, ja. Ui. Oh, Conrad. Ich weiß nicht. Hallo, ich bin runter, oder? Conrad. Easy, buddy. This wasn't his fault. Bullshit. Francine. Prescott. All because this washed-up cheat walked through our gates. I should have known it the second I looked at you. We... Clem. Ne, Gabe. Äh, Gabe. Oh, Junge. Leg die Waffe weg, bitte. Du, du kannst nicht, ich glaub nicht, dass du... He's back away! Take it easy, son. Gabriel! Put it away! Now! He's gonna hurt you! No way! Just do it already. I don't even care anymore. Just put it down, Gabe. Come on, kid. You kill an unarmed man. You'll regret it for the rest of your life. You hear me? Don't touch my uncle again. Fuck me. Gabe! Let him go. He just needs to cool off. Ich dachte jetzt grad, das wär Clem. Ja klar. Maybe even a hospital. All I want is to find the motherfuckers who did this. Ich versteh nicht, ne? They took my home. They took my... God damn it! The one thing we all need is a place to call home. Maybe Richmond can be that place. Richmond? Huh. It's something at least. Yeah. Fuck it. Let's go. That's a spirit man. Er wird noch ein Problem. Hey. You okay? Huh. Maybe they'll hit it off. Yeah. You know, that was really impressive back there. What you did. Hope so. Might be good for them both. They need someone their own age they can talk to. Come on guys. We got a long drive ahead of us. What can I do for you here? I just... I feel like I'm burning up. And I'm dying of thirst. Ah, we have the water bottle with me. Oh, we are so good, ey. Here you go. Er drinkt not everything. Hello? We have to spend. What? Thirsty isn't good. How's her forehead feel? Hot. Hot. Oh oh. Fuck. It's probably sepsis. Sooner we get to Richmond, the better. Oh. Oh god damn it. Oh. It really hurts. Hey. You're gonna be fine Kate. I'm just trying to be realistic. Yeah? Well, I'm trying to be optimistic. Javi. We both know what's coming. Kate. We do. And this is gonna sound fucked up, but... Maybe this is... My chance for... Christ. I don't know. A graceful exit. Not many people get those. I'd be one of the lucky ones. You don't get to just bow out. Just think about all that's happened. Mariana died. I couldn't stop it. And Gabe... I heard what happened when we stopped. Isn't it obvious? Look, he might be turning into David. He might be turning into you. He's not that sweet little boy I first met. But... Maybe this is better. He just needs guidance. And a lot of it. I hope so. All I care about is him becoming who he needs to be. And it's gonna be on you to make sure that happens. No, ma'am. I'm not buying this I'm dying shit. It's on both of us. You're buying it whether you want to or not. Oh! Hey! Careful! Sorry! You should get some rest, Kate. We all should. Really. With pleasure. Parents just love pretending the rest of us can't hear. Hm. I wouldn't know. We bothósiae. I quite kindly put it on. We all came out. people, are B. Ach, die sind schon da. Hey, ich komme auch. Ich werde mit Kate und behalte mich auf. Lass uns auf, wenn irgendwas passiert. Es ist sehr einfach, dass der Pass blockiert so ist. Es ist nicht einfach, wenn Sie mich fragen. Eigentlich finde ich das ja ganz lustig, der eine gibt uns die Schuld, ich habe den Namen vergessen von ihm. Gibt uns die Schuld, dass das passiert, dass seine Frau oder seine Freundin erschossen wurde. Dabei war es ja eigentlich Clementines Schuld, wenn sie nicht geschossen hätte dann. Ich erschrecke mich aber auch wirklich immer, ne? So, das kann ich benutzen, die Seilwinde. Oder mal gucken, ob ich erstmal noch mit irgendjemandem reden kann. Ne, da kann ich nicht hin. Ich dachte gerade, da läuft ein Zombie. Da oben ist eine Leiter, können wir die hoch? Da ist Clementine. Ja. Ich hatte einen Freund, ihr Name war Jane. Manche Menschen ist nett, aber es endet immer wieder zu schmerzen. Ich denke nicht anders. Komm ich da irgendwie hoch zu der Leiter? Nee. Ich habe dich und Clementine gesprochen. Also? Wir waren nur noch zu sprechen. Sie sieht ziemlich cool. Aha. 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 Was ist mein Kabel? Hm. Was ist das? Stadthilfe Kabel? Du bist gut? Nein, Mann. Ich bin nicht gut. Ich weiß. Lass uns das jetzt mal mitmachen und nach Richmond kommen. Da brauchen wir bestimmt die Seilbinde für. Nope. Nope. Ja, ja, ja. Keine Reifen drauf, okay. Was ich nicht immer alles machen muss. Keine Angst, ich gebe nur ein bisschen Starthilfe. Oh, das ist aber laut. Ja. Ich bin bereit. Hallo. Oh. Das wird ein bisschen schwierig mit weg hier. Nein, 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 nein. Boah. Oh mein Gott, mein Gott, mein Gott, mein Gott. Danke schön. Ach Leute, echt jetzt? Nein! Ich wollte gerade drücken. Scheiße. Okay, Leute, ich muss sowieso Schluss machen. Ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Tschüss.